Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Top 5 TNT Boost. Mir wurden hier 5 Clips gesendet. Ich muss euch ehrlich sagen, die Clips hier sind wirklich nicht so geil dieses Mal. Also ich glaube die Hälfte ist sogar im Singleplayer gemacht worden und bei der Hälfte gibt es nicht mal einen Kill. Trotzdem werde ich das jetzt einranken und ja genau. Für nächste Woche Sonntag wünsche ich mir die Top 5 Zuru-Training Clips. Das wurde mir auch von ein paar Leuten vorgeschlagen. Das heißt, dieses Mal könnt ihr mir Zuru-Training Clips senden. Eine Alternative, falls ihr kein Zuru-Training gespielt oder aufgenommen habt, könnt ihr mir auch einfach 1.15 Clips senden. Muss halt auf dem 1.15 Server sein oder in der 1.15 Version mit dem Coolen oder was auch immer. Klar werden Zuru-Training Clips bevorzugt, aber wenn ihr nichts habt, könnt ihr auch 1.15 Clips senden. Dann würde ich sagen Leute, starten wir jetzt schon mal mit dem Top 5. Platz Nummer 5 kommt von Tiziflo und er spielt hier auf dem Handy auf keine Ahnung, Gott weiß was für ein Server das ist. Könnt ihr euch an. Platziert hier auf jeden Fall im TNT, wird direkt weggesprengt. Zückt sein Eisenschwert, gibt diesem Dude hier ein paar Hits. Bisschen gebreakdanced und stirbt dann noch, kriegt also quasi keinen Kill. Ja, RIP an der Stelle auf jeden Fall. Bitte machen wir Top 5, wo auch Handyspieler mitmachen können. Leute, Top 5 ist kein Handyformat. Klar können auch Leute mit Handy mitmachen. Aber, vor allem TNT-Bus, das ist auch für, ähm, das kann auch jeder Handy spielen. Also komm, so könnt ihr mir jetzt nicht reinkommen. Auf jeden Fall, Platz Nummer 5 und sie versagen, wir kommen zu Platz Nummer 4. Platz Nummer 4 ist von Illegala. Ja, und hier war ich ein bisschen enttäuscht, aber sitz selber auf jeden Fall, Leute. Sitz selber. Ne, macht auf jeden Fall Kammer-MLG. Ganz entspannt, ganz clean. Ja, zack, belastet sich nach oben. Schmeißt Wasser einmal runter. Und gönnt sich den MLG. Und hier. Ja, holt sich nochmal einen Kill von Springmeister. Wäre ja alles, ganz geil, äh, wäre da nicht ein Haken. Und zwar, hat Illegala hier ein bisschen getrickst. Hier kann man, kann man hier ganz gut sehen. Äh, hier, wenn er hoch guckt, sieht man hier, gar nichts, ne? Gar nichts. Und, auf einmal ist dann hier Wasser. Ja, jetzt hat er halt sie gecuttet. Äh, das war aber nicht alles, denn, guckt genauer hin, Leute, beim Wasser-MLG. Hier ist Sand, ne? Obviamente Sand. Beim nächsten Cut, er landet auf Holz. Magic. Da, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, Illegala. Dass er sogar zweimal hintereinander, dreimal, glaube ich, hintereinander gekallert hat. Äh, hat er mir jetzt geschrieben, jo, äh, ja, er hat es nicht richtig hinbekommen. Und, aber komm, nicht mal hier MLG zu schaffen, Illegala. Ich bin enttäuscht. Ja, gut. Also, kann ich mal nicht, kann man hier jetzt nicht böse sein. Ich habe auch mal einen Top-5 gefälscht. Also, ein, ähm, ein Clip von mir, von, bei den Buddies. Habe ich auch mal gemacht, Leute. Äh, da war ich auch frustriert. Und habe dann, ja, beim Bogensound einfach so ein, ähm, ein Sound halt hinzugefügt. Ja, kann man nicht böse sein, auf jeden Fall. Leider habe ich es halt hier entdeckt, Illegala. Platz 4, deswegen. Und wir kommen zu Platz 3. Platz 3. Platz Nummer 3 ist von Maximo. Und, genau, er spielt auf Singleplayer. Hat sich auf jeden Fall hier eine Rail gemacht. Fährt aufentspannt nach oben. Steigt hier aus. TNT Boost. Fails ein bisschen, also ist halt nicht clean. Ähm, fliegt hoch. Zückt seinen Bogen. Zack, trifft das Schweinchen. Slime. Und dann ändert den MLG. Dann kann man hier nochmal sehen, dass er hier das Schwein gestylt hat. Äh, ja, war halt ein Singleplayer, ne? Was soll ich sagen? Und hier macht er noch einen kleinen Fortnite-Dance. Ich habe es extra gemütet wegen einem Grund. Ähm, und ja. Gut, Leute. Platz Nummer 3, das war's. Dann kommen wir zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 ist von der Legende himself, David. Und dieser Clip ist wirklich... Das ist auch geil. Allein die Sounds, ey. Das suck. Ey, Junge, man hört halt genau die Sounds wie auf dem Handy so spammt. Das ist so... Ey, das macht... Ich weiß, das ist irgendwie so geil. Ja. Auf jeden Fall, guter Platz Nummer 2, David. Hat er auch... Ah, der ist halt auch ein Singleplayer, ne? Ähm, was soll man da so sagen? Aber trotzdem... Bei David muss ich immer lachen, David. Muss ich einfach immer lachen. Ich weiß nicht. Das ist einfach Legenden. David hat immer noch Legenden statt. Wir kommen zu Platz Nummer 1, Leute. Platz Nummer 1, kommt von Tori. Und er schreibt hier TNT-Bus für... TNT-Bus für dieses Werk. Und... Let's go, der Hase. Mit der klassischen Outro-Musik, natürlich. Man kennt's. So, einmal einen fetten TNT-Bus. Lernert den Water-Moji. Erstmal... What the fucking... Ist es... Ist es die Sicht von Spargo-Phoenix? Egal. Auf jeden Fall geht er im Haus rein und klatscht diesen Kit hier weg. Er versucht, die Bean. Stimmt aber an den Void. Ja. Das war tatsächlich heute... Ja. Das war tatsächlich heute der beste Clip. Ähm... Waren halt heute wirklich nicht krasse dabei. Muss ich auch ehrlich zugeben. Äh... Weil die kann man halt alle im Singleplayer machen. Trotzdem. Weil es halt trotzdem lustig gemacht. Und ich freu mich halt immer noch, dass mir Leute Clips senden. Also ich bin jetzt nicht undankbar. Also so ist es nicht. Äh... War halt leider heute nicht gut. Das ist halt so, wie es ist. Trotzdem, Leute. Nächstes Mal am Sonntag wünsche ich mir die Solo-Training-Clips. Oder wie gesagt, falls ihr keine Solo-Training-Clips einsenden könnt. Dann einfach Clips in der 1.15-2-Version. Oder gerne in der 1.15. Und... Ja. Klar werden Solo-Training-Clips jetzt bevorzugt. Aber... So ist er. Klar ist. Dann, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Äh... Alle sind unten verlinkt. Alle, die heute dran waren. Danke fürs Zuschauen, Leute. Hau zu rein. Wir sehen uns mal wieder. Und... Tschau. 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 Vielen Dank.